Hoffentlich kriegen die mich nicht. Lass mich nicht fangen. Niemals. Was? Wo bin ich denn jetzt hier? Und meine Orientierung sind auch keine Freunde. Was ist das für ein Riesending? Wer baut denn so was hässliches in die Natur? Oh nein. Ich bin im Kreis gelaufen. Im Kreis? Guck mal. Ich bin doch schon wieder in der Nähe der Stadt. Ich hab ganz viele Fischis gefangen. Ihr seid alle, zwei, drei, schwimmt. Haut ab. Cut. Die habe ich selber gefangen. Was für warum? Wie fängst du gekochten Fisch? Das ist eine gute Frage. Lass doch diese ganzen Fische in Ruhe. Nein, die brauche ich. Sag mal, können wir vielleicht reingehen? Ja. 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 Und red mal vernünftig mit mir. Ja, Baloui, das können wir. Lass uns reingehen. Hast du Post? Ja, Post. Ach, mir sieht keiner. Was machst du denn hier Schönes? Gerade sammle ich neue Sachen für Firefox, damit er mir was Tolles bringen kann. Was soll er denn? Dafür sind die Fischis. Der soll mir was machen für die Bruderschaft des Fischis. Die Bruderschaft des was zum Wie? Des Fischis. Ach, du willst einen Bücherclub gründen? Nein. Wie nein? Nein, kein Bücherclub. Guck, wir haben so viel Platz hier. Hallo, Statue. Wie hast du das Ding hier reingekriegt? Ich hab's hier drinnen aufgebaut. Aber es ist total hässlich. Man sieht gar nichts. Ja, wie bei dir. Sag mal. Ich hatte gestern Ungeziefer im Haus. Hier waren ganz viele Algoren. Algoren. Was sind denn Algoren? Krokodalle. Wie heißt das? Spitze Zähne, flacher Körper, langen... Alli, boy. Ja. Nein. Alligatoren. Ach, Krokodile. Ja, 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 ja. Die waren hier drin. Die waren hier ganz viele. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Ich glaub, eins der Portale hatte sich aktiviert. Aber die sind alle eigentlich aus. Das sind... Dafür waren sie eigentlich gedacht. Das sind... Wenn ich da vorrenne, stoß mir nur den Kopf. Ja, ich auch. Au. Sag mal, äh... Katze. Ja. Was hältst du davon, wenn wir zurück nach Kingdom gehen? Na, nach Kingdom? Aber ich will nicht zurück. Da ist niemand mehr. Aber ich muss da hin. Jetzt. Aber warum? Äh, äh, was hast du denn in deiner Hand? Weiß nicht. Mir hat jemand was Neues geschenkt. Das funktioniert endlich. Nein, das ist sowas wie die Schusswaffen, die Gamers-Time mit sich rumträgt. Oh. Das will ich dann aber gar nicht benutzen. Damit kannst du jemanden verletzen. Nein, will ich nicht. Aber keine Drachen, keine Sorge. Nein. Was hältst du da vorne von dem Raum? Mach ich denn jetzt. Mach ich denn jetzt, Noah? Ich will hier einen großen Fisch hier an die Wand haben. Und hier dann ganz viele Plätze, damit die Leute sich hier zusammen über Fische unterhalten können. Aber hast du sie noch alle? Ja. Bist du nicht eigentlich ein mächtiger König eines Königreiches? Ja, und? Und jetzt willst du einen Bücherklub über Fische gründen? Nein, nur einen Fischiklub über Fische. Mag keine Bücher. Die schmecken nicht. Du solltest zurück nach Kingdom. Warum? Weil diese Welt hier nicht mehr lange so bleibt, wie sie ist. Ich habe aber keine Lust in Kingdom allen Leuten beim Sterben zuzugucken. Aber diese Welt hier ist dem Untergang geweiht. Verstehst du das denn nicht? Ja, und bei Kingdom ist es besser? Wieso? Was ist da los? Nichts Gutes. Was glaubst du, warum wir den Magier hergeschickt haben? Und warum wir versucht haben, euch schon zweimal wieder rauszuholen von hier? Ich habe eine Mission. Und mein Leben gehört hierher. Ich werde diese Welt nicht mehr verlassen. Wie? Wenn du das sagst, dann muss das so sein. Deswegen haben wir euch auch nie mitgenommen. Das ändert aber nichts dran, dass eure ganzen Leute, die ihr in Kingdom kennengelernt habt, Brüder später sterben werden. Genauso wie ich auch. Genauso wie der Erzmagier. Aber ich nicht. Das macht mich traurig, Fischi. Aber ich kann nicht zurück. Ich kann jetzt nicht rausgehen, wenn die mich finden. Basti und Cameron haben echt einen Knall nicht gehört. Was? Hier verläuft man sich aber nur. Was mache ich denn jetzt nur? Was mache ich nur? Was mache ich? Wir brauchen hier ein Fisch. Ich brauche eine Tarnung. Ich habe eine Idee. Katze? Katze? Hast du zufällig? Andere Kleidung für mich? Andere Kleidung? Und ich wäre gerne ein Angler und dafür hätte ich gerne einen Angelhut und eine Angelrute. Ich habe nur das hier. Das ist meine Angel, die mir Firefox gegeben hat. Aber dadurch sieht man trotzdem, dass ich der Ohrdach bin. Aber du kannst das da haben. Das brauche ich nicht so lange. Ah, das... Warte. Also, erkennt man mich noch? Nicht so besonders. Na gut. Ich gehe mal... Also, wenn ich bei dir Mitglied im Fischi-Club werden würde... Ja, 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 du willst Mitglied... Oh, das ist toll, du willst Mitglied werden, ja. Ja, ich mochte Bücher schon immer. Ja, oh. Aber, ähm... Um das zu werden, ähm... Dürfte ich dann hier unten wohnen? Ja. Eine Weile. Natürlich. Ähm... Was... Was muss ich dafür tun? Oh, fang mir einfach noch ein paar Fischis. Ähm... Hier. Hast du Blumen? Wer das auch? Das ist kein Fischi. Aber die tun wir mit in die Truhe. Ich hab... Hier etwas. Für dich ein Geschenk. Was denn? Jedes Mal, wenn du fremde Leute... Komm mit. Oh! Wenn fremde Leute hier in die Nähe kommen... Das kenn ich, das ist toll. Das ist toll. Oh. Das ist... Pass auf, pass auf, kleine trottelige Katze. Wenn... Wenn sich Fremde nähern, dann drückst du da drauf. Ja? Ja? Das ist ein... Ein Alarm. Also... Solltest du auch Basti oder Kevin oder irgendwen sehen... Dann... Weißt du, das ist ein kleines Spiel. Wir spielen... Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh, okay. Und... Und wenn du einen anderen Menschen siehst, dann drückst du da drauf. Dann hast du gewonnen. Okay. Okay. Hallo. Was denn? Siehst du irgendwen anders? Ja, dich. Also, einen anderen Menschen außer... Außer dich und mich. Okay. Das krieg ich hin. Und sonst drückst du nicht drauf. Oh. Okay. Dann müssen wir Leute einladen, damit ich wieder draufdrücken darf. Wir müssen die vor allen Dingen woanders hinpacken. Ich hab nichts zum abbauen. Wir stellen die oben hin. Tu die mal da ganz oben hin. Also, und wenn du dann jemanden siehst... Dann drückst du da drauf, ne? Ja. Hier kannst du sie hinstellen. Und keinen Schabernack machen. Ah, okay. Du drückst da drauf. Entschuldigung. Wenn keiner da ist. Oh, oh, ja. Nein, nein, nein. Nicht klar. Lass mich angeln. Diese Katze. Ich schau nicht mit fünf Gehirnzellen. Kann man nur sowas König nennen. Ah. Nein. Bär, guck mal, was mir jemand geschenkt hat. Du warst doch... Jetzt hab ich den Fisch verpasst. Du wolltest damit doch nicht schießen. Nein, Entschuldigung. Was ist das? Magst du Karotten? Du verscheuchst meine Fische. Echt? Vielleicht mögen die das ja. Oh, das war ein Fisch. Oh. Das ist aber ein anderer Fisch, als den du mir gezeigt hast. Ja, das sind die kleinen Fischis. Die hab ich immer sofort gefuttert. Hier, kannst du haben. Ein Schrott hier. Dankeschön. Kleine Fischi. Vielleicht hilft dein Gemüse ja doch. Vielleicht solltest du doch in deine Bücher reinschreiben, dass du hier meine Fischerie die fängst. Ich weiß nur, wie man sie richtig isst. Das ist ein richtiger Fisch. Ja, aber wie willst du einen Bücherclub gründen ohne Bücher? Ich will keinen Bücherclub gründen. Was für ein Klünden? Er will keinen Club gründen. Du hast doch gesagt, du müsstest eigentlich keinen Club gründen. Nein, ich will die Bruderschaft des Fischis. Wir sollen Fischis wertschätzen und die Natur, andere Tiere, die an mich beißen. Oh, ich bereue es jetzt schon. Und vielleicht bringen wir auch Leute um, die böse sind. Aber das steht noch in den Stirn. Das weiß ich noch nicht. Also. Eine Art Polizei für Leute wie die, die andere Leute mit Hämmern hauen. Oder für Leute, die andere Leute mit Schwertern hauen. Oder grundlos einsperren. Oder für Leute, die Leute einfach aus Häusern vertreiben, nur weil sie eine Katzenhaarallergie bekommen haben. Ach, du machst einen Club gegen Early Boy. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das war Jonas, das war nicht der Holzkopf. Der Holzkopf weiß, glaube ich, gar nichts davon. Obwohl, außer dass, wo er klein war. Das weiß ich noch. Ich habe schon zwei Fische. Ist das genug? Nein. So etwas wie genug Fischis gibt es nicht. Nein, nein. So etwas gibt es nicht. So geht das, oder? Hä? Hast du die Klingel gerückt? Ja. Wer ist? Wo geht es hier rein? Wo ist es hier rein? Schlipp, schlipp, schlipp. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wen hast du gesehen? Wen? Draußen. Wo? Draußen. Draußen. Ja, aber wo? Die kommen bestimmt gleich her. Die haben die Klingel ja auch gehört. Nein. Dafür ist sie nicht da. Wo? Die hört keiner, der weit genug weg ist. Wo waren die denn? Du? Du hast gar keinen gesehen, oder? Doch. Du verarschst mich. Nein. Ich habe gesagt, im Notfall. Ja, da war ein anderer Mensch. Wo? Im Wasser, gespiegelt. Du? Au. Du bekloppte Katze. Mann, ja. Ich habe gesagt, wenn du andere Menschen siehst. Hab ich ja. Außer dich und mich. Ja. Und dazu zählen auch Spiegelungen. Du hast echt nur zwei Gierenzählen, oder? Nein. Ich habe mehr. Was bin ich froh, wenn diese Welt endlich mit unseres gleichen Bevölkerung ist. Mehr Drachen. Du redest ziemlich komisch. Weniger Katzen. Hey. Wir haben ein Recht darauf, hier zu sein. Du hast hier kein Recht. Verstehe immer noch nicht, wie du in diese Welt kommen konntest. Das war einfach. Portale und so. Hm. Hast du das Portal in der Stadt gesehen? Die Kugel? Das ist ein Portal. Das, wie du hierher gekommen bist. Ich habe keine Ahnung. Bin seit Tagen dran, das Ding zu öffnen. Und es funktioniert einfach nicht. Wirklich nicht? Hast du es schon mal mit Magie versucht? Mit unserer Magie klappt das eigentlich relativ zuverlässig. Ich bin schon vier, fünf Mal hier gewesen, bevor ich hier geblieben bin. Das geht relativ einfach. Nur Vollidioten kriegen sowas nicht hin. Ich bin der Urdrache. Nein, du bist Baloui. Nein. Also ja. Wir sind eins. Bist du jetzt der Ur... Ach so, warte dann. Was drückst du denn schon wieder? Du bist nicht Baloui. Du bist der Urdrachen Baloui. Das bedeutet, du bist nicht Baloui. Ich habe... Hörst du auf? Au. Ich habe gesagt, wenn du andere Personen außer dich und mich siehst... Urdrache gesehen. Mit mich ist der Urdrache und Baloui gemeint. Wir sind eins. Oh. Wack es. Aua. Schlachte dich gleich. Nein, das ist nicht nett. Hier, ich habe Fische. Da. Fisch. Fisch. Und ich habe Fische. Fisch. Das sind vier Stück. Ist das genug, deinem Buchclub beizutreten? Ja. Oh, endlich. Darf ich jetzt rein? Ja, komm. Komm. Das sein Zuhause ist mein Zuhause. Mein Zuhause ist dein Zuhause. Und unser... Oh, da ist noch das TNT. Hä? Guck mal. Hahaha. Ja, wir können die Kugel noch ein bisschen größer machen. Vielleicht öffnet das das Portal. Nein, wir wollen die doch nicht groß machen. Die schmeckt doch nicht gut. Hm. Soll doch nicht schmecken, du bescheuerte Katze. Hey. Das ist eine Kugel, die dafür sorgen wird, dass diese Welt voller Drachen sein wird. Freust du dich doch? Voller Drachen? Ja. Wollknall. Nein. Na egal, ich habe jetzt hier meine Ruhe. Ich, ähm, ich bewache den Eingang, ja? Ich schlafe auf der Türe. Ruhm mich jetzt aus. Was bin ich froh, wenn das hier alles zu Ende ist. Mann, oh. Gute Nacht, Blauli. Gute Nacht, Katze. Gute Nacht, Katze.